Es ist mal wieder Zeit, mich um die Steinbruchbahn zu kümmern. Dazu räume ich erstmal den Ballast ab. Ich fühle mich so sauber, sobald das geht. So. Und das erweist sich als größeres Problem, als ich gefürchtet habe. Und damit kann ich mit dem nächsten Schritt loslegen. Und ergieße in diesem Falle eine Platte anzusetzen. Okay. 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 So, das kann eingestrichen werden. Okay. 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 Zitzen Und hier oben drauf ist jetzt ein größeres Öckchen. Das wird ohne Messen nicht gehen. Das wird noch nicht durch. Dann könnt ihr erst noch eine ganze Menge nehmen. Soll ich jetzt noch eine Menge machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.